Heute zeige ich euch, wie ihr einen Kombinationsschloss baut. Servus Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Kombinationsschloss baut und ich würde nochmal sagen, los geht's. Ja, als erstes braucht ihr natürlich den Raum, wo ihr dann das Zahnschloss bzw. dann auch euren Eingang reinbauen wollt. Gut, ich baue jetzt hier mal den Eingang her, habe ich ja extra schon mal was vorbereitet und eine Lücke gelassen. So, dann dürfte das so aussehen. Hier drüben kommen dann die Knöpfe her, die ihr dann hier später drücken könnt. Also, die sollen ja nicht so angeordnet werden. Das ist jetzt nun mal so als Beispiel. Ja, ich würde sagen, wir richten erstmal die Knöpfe ein oder bauen erstmal nur die Knöpfe an, die wir später brauchen. Ja, als erstes bauen wir unten links, unten rechts und oben rechts einen Knopf hin. Das sind dann die drei Knöpfe, die ich später bedienen muss, um die Türe zu öffnen. Und wir können hier erstmal noch einen kleinen Weg hinbauen, damit wir dann später auch langlaufen können. Aber das ist ja erstmal Nebensache. Als nächstes gehen wir erstmal auf die Rückseite und müssen uns jetzt aber davor noch kurz merken, wo wir jetzt die Knöpfe angebracht haben. Denn genau auf der anderen Seite von der Wand müssen wir jetzt Redstone-Fackeln anbringen. Und zwar einmal hier, einmal hier und einmal hier. Das dürfte so ziemlich stimmen. Und dann müssen wir hier so kleine Impulsgeber jetzt bauen. Und zwar gehen wir da jetzt drei Blöcke nach vorne und zwei Blöcke in die Breite halt, damit das Ganze so hier aussieht. Das Ganze bauen wir unter jeder Fackel nochmal. So. Und so. Dann müssen wir das Ganze, was ich jetzt baue, einfach nur auf jeder Plattform nochmal drauf bauen. Also nochmal neu bauen. Und zwar bauen wir hier und hier Redstone her. Hier einen Repeater. So wie hier und hier. Dann ist der hier quasi gelockt. Also der ist quasi geschlossen. Das ist muss so. Das ist jetzt kein Bug oder so. Falls ihr euch wundern solltet. Dann bauen wir hier und hier das Ganze nochmal auf die beiden anderen hin. Dann tun wir erstmal überall das Signal abzapfen quasi. Vom Taktgeber oder vom Impulsgeber. Bauen wir uns erstmal ein bisschen vor. Und setzen hier erstmal noch ein Repeater jeweils her. Damit das Signal später nicht zurückfließen kann. Und ja. Hier vorne. Hier oben tun wir das auch noch ableiten. Hier vorne das tun wir dann jetzt hier runter leiten. Also das kommt auch nicht. Das wird auch nicht gehen. Denn wir werden das hier vorne nochmal einen Verstärker her bauen. So. Wenn wir das Ganze so gebaut haben. Werden wir die ganzen Linien hier verbinden. Hier nochmal den Block her. Das alles hier verbinden. Dann haben wir hier oben aber ein Problem. Da werden wir den hier nochmal setzen. Und zwar haben wir hier nochmal eine Sicherung. die ich hier einbauen möchte. Und zwar werden wir hier oben drauf nochmal den Verstärker drauf packen. Hier auch noch. Na. Hier auch nochmal drauf. Und da kann das Signal auch hier nicht zurückfließen. Und wird auch nochmal gleichzeitig verstärkt. Hier hinten bauen wir auch nochmal einen Verstärker drauf. Allerdings tun wir da einmal rechts klicken. Damit der auf dem zweiten Elay ist. Hier hinten müssen wir jetzt natürlich wieder Redstone her bauen. So. Und dann ist das hier erstmal fertig. Als nächstes gehen wir hin. Bauen hier eine kleine Treppe hoch quasi. Bauen die unteren Blöcke wieder weg. Setzen hier. Und hier eine Redstone Fackel. So. Die obere dürfte dann ausgehen. Wie das hier passiert ist. Und dann müssen wir eine kleine Fläche wieder hinbauen. Dann kommt hier ein Dropper her, der in diese Richtung zeigt. Und dann kommen hier noch drei Trichter her, die jeweils ineinander zeigen. Und da oben drauf legen wir Redstone drauf. So. Dann habt ihr das klicken gehört. Dann gehen wir auf den ersten Trichter. Und tun da ein Item reinlegen. Das muss jetzt nicht Redstone sein. Ich habe das jetzt einfach nur Redstone genommen. Weil ich es gerade in der Hand hatte noch. Dann bauen wir hinten einen Comparate, um das Signal aus dem Dropper rauszunehmen. Dann bauen wir hier noch einen Repeater her. Und hier hinten nochmal Redstone und einen Repeater. Dann hier hinten nochmal einen erneuten Dropper. Hier nochmal einen Hopper ran. Mensch, das reimt sich aber heute. So. Und dann haben wir hier hinten noch einen Verstärker, der hier rein zeigt. Hier haben wir einen Repeater und einen Comparator. Hier hinten müssen wir dann noch an diesen Block eine Fackel ran bauen. Hier nochmal einen Comparator. Hier bekommen wir jetzt nochmal zwei Hopper her. Und hier her. So dass die ineinander zeigen. Dann legen wir in den hinteren ein Item hinein. Ich nehme hier wieder ein Redstone. Und das Ganze dürfte jetzt in den vorderen gerutscht sein. Das wird sich aber denke ich gleich ändern. Wir müssen außerdem hier noch ein Item reinlegen in den Dropper. Und jetzt dürfte das Item genau in diesen Trichter hier gerutscht sein. Und ja. Weiter geht's, indem wir uns wieder hier das Signal, das Redstone-Signal aus dem Hopper hier herausgreifen. Indem wir hier einen Comparator wieder her platzieren. Hier einen Repeater ran. Und hier vorne jetzt Redstone lang leiten. Wir setzen das jetzt mal absichtlich ein Stückchen nach hinten, damit wir hier nicht mit dem Weg irgendwie oder der Avant dann hier später in Kollision kommen. Oder in Berührung kommen. Und dann setzen wir hier nochmal einen Block her. Hier eine Redstone-Torch drauf. Und dann haben wir die Redstone-Technik hier hinten die Kabellage, sag ich jetzt mal, schon zu 99% fertig. Jetzt fehlt hier nur noch ein Sticky-Piston. Der fährt sich jetzt automatisch aus. Hier davor ein Slime-Block. Und hier unten drunter nochmal baue ich nochmal einen grauen Beton-Block her. So. Und nun ist das Ganze auch schon fertig. Wir müssen jetzt nur noch ganz kurz die Pin eingeben quasi. unseren Code unten links, unten rechts, oben rechts. Dann öffnet sich die Türe. Na gut, jetzt werden wir hier rausgeschubst. Aber es funktioniert jedenfalls. Und es ist auch egal, in welcher Reihenfolge ihr die Knöpfe drückt. Hauptsache ihr drückt jeden Knopf einmal. Und dann geht die Türe hier auf. Ich werde das jetzt noch einmal probieren. Na, dann bauen wir es halt kaputt. Und wir werden, ich werde jetzt hier hinten nochmal eine Verzögerung reinbauen. Einen Tick, wo ich jetzt mal mit zwei Ticks. Und, ja, so durfte das funktionieren. Ja, Leute, jetzt müssen wir zum Schluss nur noch hier überall Knöpfe platzieren, damit wir das dann fremden Leuten quasi nicht einfacher machen. Und die dann einfach nur die drei Knöpfe drücken müssen. Ähm, ihr könnt jetzt zur Verwirrung hier noch Knöpfe her platzieren. Und dann wissen wir, dass der zweite von links unten, der rechts unten und der rechts oben Knopf zu drücken ist. Und dann müsst ihr euch vor die Türe stellen. Und schon kommt ihr durch. Und, ja, ihr könnt das Ganze natürlich auch weglassen. Ja, Leute, das war's wieder für dieses Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich auch weitergeholfen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine kleine Bewertung freuen. Und wenn ihr keine weiteren Tutorials mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Ansonsten, Leute, sehen wir uns im nächsten Tutorial hoffentlich wieder. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.